Melanie, Glückwunsch zur Goldmedaille. Letztes Wochenende war es Bronze, jetzt Gold. Die Strecke liegt dir, oder? Ja, ich fahre schon gern 1000 Meter, eher die längeren Sachen. Ja, das stimmt. Und hast du dich jetzt so steigern können oder waren die Gegner andere? Also es waren andere Gegner als letzte Woche, aber ich glaube, es waren trotzdem auch gute Gegner. Aber es war auch gut, wenn man einmal ein Rennen gefahren ist, gleich irgendwie die Woche drauf nochmal ein Rennen zu fahren, um das nochmal zu üben und irgendwie zu verinnerlichen. Und vom Vergleich, welches lag dir jetzt besser? Ja, letzte Woche bin ich halt die ersten 500 nicht gut gefahren und konnte dann hinten raus nochmal alles geben. Heute war es für mich irgendwie ein schöneres Rennen, weil ich mehr mein Ding machen konnte, als auf der Strecke war ich bei mir und konnte mein Rennen fahren und hatte dann hinten raus auch noch Kraft, nochmal alles zu geben. Das Nächste, was ihr fahrt, sind die Europameisterschaften. Ist der Einer für dich ein Wunschbote? Ja, also ich fahre schon gern Einer. Es ist immer eine harte Aufgabe, so Einer zu fahren und mal alleine vorher zu sein. Aber ja, ich fahre schon auch gern Einer. Aber Mannschaftsbote ist genauso schön mit den anderen Mädels. Dann nochmal Glückwunsch und teut, teut für die EM. Dankeschön. 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 커 Untertitelung des ZDF, 2020